Das ist die GmbF, die Deutsche Meisterschaft in Brunsbüttel. Die Reichstagsbodybuilding ist hier an der Bundeswehr-Uni in München gegründet worden. Ich denke auch, diese Dürkling-Geschichte hat dieser Sport nichts für der Sache gemacht, das eigentlich ursprünglich nur war. Michael Metzger unterstützt uns bis heute hin. Das heißt, wir veranstalten jetzt, gerade während der Diät, den Vorbereitungen für die Kielbär. Anscheinend, wie viele Trainings. Alles alleine, komm. Und zieh! Und seit Oktober bin ich jetzt hier an der Uni und zieh das Ganze ziemlich intensiv durch, weil es seit Januar dieses Jahres dann im Rahmen der Body-at-Win-Revolution auch Wettkampf-orientiert wird. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, meine bestmögliche Form dort zu erreichen und wenn es ehrlich gesagt reicht, für die ersten drei in welchem Texte wird es nicht mehr zu gehen. Zwei und Sechser sind wir zwölf auf einer Seite, zwölf auf anderen vier, zwei, fünf auf anderthalb? Durchzuhalten, sich wirklich optimal vorzubereiten. Die Vorbereitung ist wirklich das A und O. Das ist einer der Momente. Da sagt der Kopf einfach, ey, heul jetzt einfach mal eine Runde los.